Näher, nur näher, dies ist die Wer ist der echte Scarecrow Show? Also, wo ist unser erster Teilnehmer? Sie da, mit den Ohren, treten Sie ruhig näher. Wie heißen Sie, Sir? Bruce? Also, welcher ist es, Bruce? Knifflig, oder? Ist es der auf der linken Seite oder der auf der rechten? Die rechte Entscheidung zu treffen ist so schwer, nicht wahr? Aber was hast du für eine Wahl? Scarecrow links liegen und deine geliebte Stadt zerstören lassen? Worauf wartest du noch? Die Antwort? Eine Frage? Los, entscheide dich! Ja? So ein Pechbets! Du stirbst nicht. Es fühlt sich nur so an. Mein Toxin füllt deine Lungen und ertränkt dich in deinen größten Ängsten. Was siehst du? Eine Stadt unter dem Joch der Angst? Betrogen von jenen, denen du vertraut hast. Dein dunkelstes Geheimnis wird offenbart. Während ich deinen Geist zerpflücke, sieht Gotham zu. Ich werde dir die Maske vom Gesicht reißen. Und die ganze Welt soll die Furcht in deinen Augen sehen. Auch sie werden dann verstehen. Es gibt keinen Erlöser. Keine Hoffnung mehr. Nie mehr, Batman. Vielleicht ist es schon passiert. Was? Sieh mich an! Ich bin großartig! Und dieser Körper! Unglaublich! Wie stark er ist! Bitte, das hat mir gereicht! Ich bin großartig! Ich bin großartig! Ich bin großartig! Ich bin großartig! Entmerkenswert! Diese Brutalität! Los jetzt! Erledige ihn! Sieh'n dir an, er ist nicht besser als der Kerl, der deine Eltern umgebracht hat. Er ist nicht besser als der Kerl, der deine Eltern umgebracht hat. Du musst etwas tun. Du musst ihn aufhalten. Du musst etwas tun. Du musst ihn aufhalten. Guuuut. Guuuut. Irgendwas stimmt nicht. Du bist anders. Ich betrachte es als immer noch in Arbeit. Aber es zeigt Potenzial. Du sitzt in der Falle. Du kannst nicht davonlaufen. Wer hat was von laufen gesagt? Du bist eine größte Dreiste. Du kannst ihn aufhalten. Du kannst ihn aufhalten. Du kannst ihn aufhalten. Ich bin es nicht mehr wert. Es ist sicherlich sehr viele Erre, Sir, Scarecrow sendet über ganz Gotham. Sie müssen das sehen. Wie fühlt es sich an, deine Stadt am Atem des Abgrunds zu sehen? Deine Freunde im Griff des Todes? Dieses Mal hast du dich übernommen, Batman, und jetzt ist dein Scheitern so gut wie vollendet. Und wenn der letzte Atemzug aus ihrem Körper weicht, wird sie wissen, dass du sie im Stich gelassen hast. Alfred, er hält Oracle im Unterschlupf in Chinatown fest.